Nächster Halt, Fanno Hausen. Wir spielen mal wieder Zug um Zug, heute bei Du Bist Abfahrt. Es ist eine von den spontanen Anmods. Herzlich willkommen zu Du Bist. Diese Anmod habe ich gelernt in der großen Masterclass von Etienne Gardet. Wir sind mal wieder, wir haben uns mal wieder digital versammelt in der Gaming-Area, beziehungsweise zu Hause, um Zug um Zug digital zu spielen. An meiner Seite Lisa. Hallo. Ich freue mich sehr, dass wir wieder da sind. Ich mich auch. Und Mara. Hallo. Tschüss, tschüss. Frohes Neues wünsche ich euch. Danke, gleichfalls. Habt ihr denn über die Weihnachtsfeiertage ein paar Brettspiele gespielt? Das würde mich ja mal interessieren. Lisa. Ja, ganz viel gescrabbelt hab ich und ein bisschen Schach gespielt. Alright, okay. Eddie? Ja, tatsächlich dem Größeren meiner Kinder, Katan, das große, also das richtige Spiel beigebracht. Wir kannten schon das Junior. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Chromino. Sagt euch das was? Nee. Nee. Das ist so eine Mischung aus Domino und ich weiß nicht, wofür das groß steht, aber mit so Farben, die man so anlegen muss. So ein bisschen, ich sag mal, Rummy Cup ein bisschen simpler. Mhm. Rummy Cup haben wir gespielt. Relativ viel, ehrlich gesagt. Viele Brettspiele. Das ist momentan ein heißes Thema. Und ich hab sehr viel Schach. Äh, naja, das soll ich vielleicht gar nicht sagen. Ich hab ein bisschen Schach auch gespielt. Okay. Mara? Ich glaub, ich hab mittlerweile 200 Stunden bei Carcassonne. Du hast mich so süchtig gemacht nach diesem Scheiß. Ah, geil. Das ist richtig hart. Ich glaube tatsächlich, dass Carcassonne dieses Jahr auch Jubiläum feiert. Vielleicht können wir da ja auch nochmal was zu machen. 20 Jahre oder so. Keine Ahnung. Ja, großes Carcassonne-Turnier. Großes Carcassonne-Turnier. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, gut. Ich habe, ich bin auch ganz stolz auf mich, ich bin nämlich auch voll krass auf dem Schachttrip hängengeblieben. Ich hab 139 Partien gespielt. What? Ich hab's doch mal extra nachgeguckt. Was nichts heißt. Was nichts heißt. Ähm. Was ist immer nach drei Zügen matt oder wie? Nee, aber, ähm, naja, Leute, die das überprüfen wollen, können ja gerne das mal überprüfen. Äh, es hat euch, ich bin auf jeden Fall total versunken. Und, ähm, aber darum soll's heute nicht gehen, weil wir haben uns ja versammelt. Dann bin ich zurück zu mir. Genau. Äh, Zug um Zug zu spielen. Und, äh, Eddie, erklärt mal die Regeln. Nee, Spaß. Ähm, also, es funktioniert folgendermaßen. Wir sind auf einem Brett. Oder ich hab, ich frage mich gerade, ob das Sinn macht, die Regeln jetzt zu erklären, oder wenn, äh, es ist doch ganz einfach. Oder wie sonst immer nachgeguckt, die schon drin sind. Man muss Strecken bauen, zwei Städte miteinander verbinden. Wir spielen die Amerika-Karte, also zwei amerikanische Strecken verbinden. Punkt. Das ist das Sinn des Spiels. Alles weitere. Erklären wir gleich. Die bekannten Details gibt es jetzt. Die gibt es jetzt. Alles klar. Dann würde ich sagen, wir starten jetzt mal rein. Das war die perfekte Regelerklärung. Äh, Lisa, bist du auch schon drin? Komm mal rein. Jetzt. Komm mal rein ins Game. Das ist übrigens eine hohe Kunst, Fabian, finde ich. Geht's direkt jetzt los? Tick um die Zeit? Ja, aber es ist ja egal. Aber so bei Brettspielen, jeder kennt das, dass es einen gibt, der den anderen das Brettspiel erklären muss, ne? Ja. Und das ist wirklich eine hohe Kunst. Es gibt Leute, die können das richtig gut, prägnant, mit drei, vier Sätzen. Jeder hat's verstanden. Andere reden eine halbe Stunde und schauen immer noch in fragende Gesichter. Das stimmt. Ich glaube, ich gehöre eher zur zweiten Kategorie. Deswegen hat man mich auch ausgewählt, dieses Format zu betreuen. Ähm... Ich bin gelb. Genau. Für die Regie, Fabian, ist blau. Ja, ich bin auch gelb, glaube ich. Nee, bei mir bist du grün. Du bist... Bei mir bist du blau. Ja, das ist das Problem bei allen. Aber es ist ja egal. Aber es ist ja egal, weil wir greifen ja nur Eddies PC ab. Ach so. Deswegen kann die Regie sich ja einfach daran orientieren. Ihr greift nur meinen ab? Genau. Okay, ich habe zwei... Also, liebe Leute da draußen, jetzt kommen wir nochmal ein bisschen Deep Dive in die Regeln rein. Wir wählen gerade jeweils eine, beziehungsweise zwei bis drei Zielkarten aus. Das sind die hier unten. Ich zeig das jetzt, wenn mein Rechner abgegriffen wird. Ja. So, ihr wisst jetzt also, was Eddies Ziel ist in diesem Spiel. Eddie möchte diese vier Städte miteinander verbinden. Welche Städte sind das, Eddie? Soll ich das jetzt echt sagen? Nee, war ein Spaß, weil dann hättest du's mir verraten. Und dann wüsste ich ja, was dein Ziel ist. Ach so. War ein kleiner, fieser Trick von mir. Und diese Ziele müssen miteinander verbunden werden über Zugstrecken. Und wir können im Laufe des Spiels immer Züge oder beziehungsweise Waggons, die seht ihr, am rechten Rand ziehen, entweder vom verdeckten Stapel oder vom offenen Stapel. Immer wenn wir genügend Karten einer Farbe haben, zum Beispiel Rot, mit Rot können wir zum Beispiel Denver und Oklahoma City in der Mitte unten verbinden. Wenn wir diese Karten, genügend Karten haben, also vier Stück, dann können wir sie ablegen. Das ist ein eigener Zug. Also wir können nicht Karten ziehen und ablegen in einem Zug, sondern das müssen wir dann das nächste Mal machen. Und dann können wir diese beiden Städte verbinden. In dem Fall wären das vier Waggons. Dafür kriegen wir insgesamt sieben Punkte. Unten rechts seht ihr immer, wie viele Punkte man pro Zugeinheit bekommt. Und so bauen wir fröhlich vor uns hin. Wir wissen natürlich nicht, was die Ziele der anderen ist. Und sobald der erste Spieler oder die erste Spielerin nur noch zwei Waggons hat, unten rechts sehen wir, jeder hat 45, dann endet das Spiel, also dann ist jeder noch einmal dran, auch der mit den zwei Waggons, und dann ist es vorbei. Und dann wird ausgerechnet, wer hat die meisten Punkte, wer konnte die meisten Städte miteinander verbinden, wer konnte die Zielkarten miteinander verbinden. Und Zielkarten, die nicht erfüllt worden sind, die Punkte kriegt man abgezogen. Achtung. Weißt du, Eddie, ne? Ja. Genau. Und dann gibt's noch mal zehn extra Punkte für die längste Strecke. Alles klar soweit? Ja. Alles klar soweit. Ich bin jetzt schon ganz aufgeregt. Okay, dann ist der erste Spieler an der Reihe. Und ich glaube, das ist der Eddie, oder? Meines Wissens nach bist du das. Ah, okay. Dann fang ich einfach mal an. Wo? Ach so, hier, genau. Zack. Zack. Und ... Wird jetzt auch mein Rechner abgegriffen? Macht es nicht Sinn, immer den Rechner abzugreifen, von dem, der gerade dran ist? Genau, wir können Maras Rechner ja nicht abgreifen. Ja, okay, aber die anderen Rechner. Ja, aber eure drei, ja. Hm. Weil ich mach ja jetzt gar nichts. Und ich kann grad auch nichts machen, ehrlich gesagt. Seid ihr euch sicher, weil bei mir tickt Eddies Uhr. Ach so, ja, aber ich hab noch keine Zielkarten ausgewählt. Liegt's daran? Ja, das könnte daran liegen, dann mach das doch mal. Ja, aber ich überlege noch. Ach so, der Eddie überlegt noch. Kann ich die auch tauschen? Kann ich andere nehmen? Nee. Nee, du musst welche von denen dreien nehmen. Und ich glaube, mindestens zwei. Zu Beginn mindestens zwei. Ja. Später aber auch nur eine, ne? Wenn man nachzieht und drei zur Auswahl hat. Genau. Tja. Okay. Jetzt ist zwei der Kraner dran. Jetzt bin ich dran. Und ich nehme hier die gelbe Karte. Und wenn man eine Karte von dem offenen Stapel hier rechts genommen hat, dann darf man nicht mehr den Joker nehmen. Die Lok ist nämlich immer der Joker. So. Gibt es einen Nachteil, viele Karten auf der Hand zu haben? Du könntest jetzt noch eine offene ziehen und eine verdeckte. Bitte? Du könntest dann immer noch eine offene ziehen oder eine verdeckte, ne? Genau, ja. Ich hab jetzt ja auch zwei Karten gezogen. Ach, hast du vom Stapel eine genommen? Ne, ich hab zwei offene genommen. Ach, das soll ich gar nicht wissen. Welche hast du noch genommen? Die blaue. Danke. Ich bin nicht verpflichtet, dir das zu sagen. Ich weiß, das ist extrem fair von dir, dass du das jetzt gesagt hast. Genau. Ich möchte nicht, dass es am Ende wieder heißt, ach, der Fabian hat... Das heißt es sowieso, Fabian. Jetzt schon Brief und Siegel gebe ich dir, wenn du am Ende wieder als triumphierender Sieger dastehst, dass ich motzen werde über dich. Da muss man einfach realistisch sein. Something's never changed. Das ist wirklich, ja, das ist einfach so. Fabian gewinnt, ich motze, alle sind zufrieden. Ja, Nessis90 schreibt, guck Krane wieder in den Chat. Ja, ich würde in den Chat gucken, aber nur, wenn ihr mir verspricht, dass ihr hier keinen Spoiler reinhaut. Das können die nicht verstehen. Du guckst auf gar keinen Fall. Guck, da geht's schon los. Als ob dir das jeder garantiert. Das ist doch Quatsch. Du guckst auf gar keinen Fall in den Chat. Chat und ich sind so, wir haben den hier gemacht. Ja, exakt, das ist die Befürchtung des Chat, wenn du so seid. Okay, ich mach ihn zu. Wer ist denn überhaupt dran? Du. Du. Ah ja, gut, dann mach ich jetzt. Du bist. So. Ja, lass mich jetzt erstmal. Was? Warum? Ich bin hier dran gekommen ans Kabel, deshalb, ne? Ich hab irgendwas berührt hier. Okay, Leute, wir machen ganz kurz Werbung. Ja, komm, das ist doch schnell. Und dann kommen wir sofort zurück. Bis gleich. Wir machen doch nicht Werbung. Wir bleiben. Ich hab doch gesagt, ich mach, ich hab ihn hier ans Kabel gekommen. Geht's jetzt wieder? Jo. Das ist aber auch eine ganz, also ihr könnt es jetzt nicht sehen, aber es ist eine ganz gefährliche Konstruktion da unten. Leute, ich hab Schuhgröße 45, was glaubt ihr? Da wäre sicherer gewesen, wenn Eddie zu Hause im Bett liegt, ne? Und den Laptop auf seinem Schoß hat. So. Ach so, neue Karten. Ach so, genau. Man zieht entweder ... Weil da drei Joker sind, wird neu ausgeteilt. Oder man legt. Genau. Ja, man darf ja immer nur eins pro Zug machen. Und grad kam was, genau, das haben wir jetzt vielleicht ein bisschen überhört, sobald drei Joker rechts liegen, werden die automatisch abgeräumt. Und neue Karten aufgedeckt. Was bedeutet denn das hier? Neben den Städtekarten sind noch Häkchen und Kreuze. Das heißt, wie viele Karten du bereits erfüllt hast. Ach so. Da steht wahrscheinlich 0 und 2, ne? Das guckt bitte nicht auf meinen Bildschirm, aber ja, das stimmt. Harlin, du bist. Ich bin dran. Ja. Ähm ... Deck, 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 deck. Ach, Mann. Kein ... Ich bin übrigens Administrator, Fabian, möchte ich dir nur kurz sagen. Bist du das, ja? Oder? Hier steht Administrator. Ach nee, der spricht nur zu mir, der Administrator. Ich ziehe zwei verdeckte Karten. Sehr gut. Stark. Okay. Und zack. Was wir übrigens mal machen könnten ... Eddie kann weitermachen. Und zwar die Leute, die dessen Bildschirm nicht abgegriffen werden. Wir könnten mal unsere beiden Verbindungslinien der Regie schicken. Dann könnte die theoretisch die per Bauchbinde kurz einblenden. Ja. Sollen wir das kurz machen? Ist doch nice, oder Timo? In der Regie? Dann muss ich ja mal kurz aus dem Flugmodus raus, ne? Geh kurz aus dem Flugmodus. Du bist ja eh im Zug, deswegen ... Du kannst ja kurz einfach laut sagen und ... Pass auf. Aber nicht in Regie, ne? Schon an Timo persönlich. Ich mach Timo privat. Schreib ich das denn an Timo? Schreib mal an Timo privat deine beiden Ziele. Dann kann er das ja nacheinander kurz einblenden. Okay. Okay. Aber jetzt nicht ableiten davon, wie lange man tippt, welche Städten haben wir. Auf die grauen Felder kann ich legen, was ich will, ne? Ja, aber die müssen von derselben Farbe sein. Geil. So. Ja, ich bin dran. Warte, sorry. Wieder. Hey, pass auf. Das kannst du einfach kurz mal als Bauchbinde hintereinander kurz ... Es muss nicht die ganze Zeit da stehen. Okay. Oder ist dafür Platz, dass es die ganze Zeit da steht? Dann kannst du es auch rechts da die ganze Zeit hinballern. Das sind auf jeden Fall unsere Ziele. Und ich werde meine Ziele erfüllen. Das möchte ich hier an der Stelle schon mal sagen. Ja, viel Erfolg. Ja, klar. Ey, wenn ich irgendwie von New York nach Pittsburgh müsste, wie ich es auch sage. Aber manche Leute reisen halt wirklich mit dem Zug, ne? Das sind halt diese günstigen Tricks da aus der Ecke, um mir zu entlocken, welche Städte ich wirklich miteinander verbinden muss. Ja. Dabei wissen alle, dass ich von El Paso nach Houston möchte. Siehst du, das ist nämlich ... Klar, dass du Miami, Charleston, Atlanta ... So. Jetzt lasst du dich bitte in Ruhe. RKD muss überlegen. Das ist nämlich vollkommen richtig. Kannst du nicht auch mal so einen Zug-um-Zug-Profi einladen, der uns die besten Taktiken dafür verrät? Ja, also da draußen, liebe Community, ist unter euch ein anerkannter Zug-um-Zug-Profi. Und ihr könnt es damit beweisen, indem ihr uns beweist, dass ihr von diesem Hobby lebt. Nur Leute, die von Zug-um-Zug spielen, leben, dürfen bei uns als anerkannte Profis auftreten. Da würde ich mich auf jeden Fall coachen lassen. Ich fühle mich gerade schon wieder völlig lost. Was willst du wissen? Nee, egal. Ich guck nie auf mein Bildschirm. Rane zieht auf jeden Fall viele Karten. Also von Calgary nach Denver musst du hier ... Ich bin wieder dran, ne? Du bist schon wieder dran. Ich ziehe immer schnell, ne? Du ziehst ultra schnell. Und ich räume die Verdeckten ab, damit ihr nicht wisst, was ich habe. Das ist smart. Och, was ist denn das auch für eine Verteilung da, ey? Nur Orange, das braucht ja niemand. Offensichtlich leider wirklich nicht. Eddie, zwei Blaue, was wird er wohl haben? Ach, bin ich schon wieder? Portland, Salt Lake City. Winnipeg, Helena. Ja, aber das Schöne von Miami. Von Miami, wo's ... Ach so, ja, das kann auch gut sein, ja. Ja, Leute, ganz ehrlich, man braucht doch von jeder Farbe im Prinzip immer was. Also, wenn die Erfahrung eins gelehrt hat ... Aber ich glaub, Eddie, dass du so ein Typ bist, der erst mal von seinem Startpunkt aus legt. Mhm. Und deswegen ziehst du erst mal deine Startpunktkarten. Bist du so einer, der verrückt mittendrin anfängt, oder was? Vielleicht, ja, eventuell. Aber man kann ja manche Routen nur einmal belegen. Vielleicht ist es ja einfach sinnvoll, erst mal Routen zu wählen auf der ... Also, Strecken zu wählen auf der Route, die man sich unbedingt sichern will. Klingt nicht verkehrt, finde ich, ja. Vielleicht machen wir ja mal so ein Video. Die zehn Gardäischen Tipps für Zukunft. An der Stelle auch noch mal hier Shoutout an die Rocket Beans Community, die offensichtlich über Weihnachten fleißig Katan gespielt hat. Denn das Tipps-Video mit Eddie hat über Weihnachten richtig viele Klicks bekommen. Ja, ich hab sehr viele gute Tipps gegeben. Ja. Nur nicht. Zum Beispiel gut spielen, nicht aufregen, schlaue ... und keine Fehler machen. Ja. Das Video hat gezeigt mal, wenn ich in dich vertraue, Eddie, dass du dann richtig zur Höchstform auflaufen kannst. Das sind übrigens die Tipps, die ich immer auch von Jan kriege, wenn ich ihm meine Schachpartien zeige. Ja. Dann kommen auch immer so Sachen wie, ja, Figuren besser entwickeln, klüger aufmachen und weniger Fehler. Aber die sechs goldenen Regeln hast du schon geeignet. Die hab ich drauf, ja. Aber ich liebe einfach am liebsten es halt weniger Fehler machen. Das ist das Allerbeste. Ich mag immer, wenn er sagt, objektiv geht das nicht ganz auf. Ich muss noch eine Verständnisfrage stellen. Wie ziehe ich jetzt Züge nochmal? Also lege ich die sechs ... Du ziehst die Karten einfach so raus ... Und lege die auf die Strecke? Wie eine Pistole. Ah ja, okay. Und legst sie auf die Strecke. Wie eine Pistole? Ja, aus dem Halfter. Wie heißt das? Wow. Ja, Halfter. Halfter. Wow. Das ist mal eine Ansage. Okay. Ich bin schon wieder dran? Hm. Ich will aber noch gar nicht. Doch. Ah, hier. Das ist eine tolle Karte hier. Zack. Zack. Jawohl. Ja. Mach mal die Lisa. Wer ist dran? Mara. Zack. Eieiei. Krieg. Hä, da müssen ... Wer ist noch ... Eddie, wer ist rot? Bei mir ist Eddie lila. Bei mir ist Mara lila. Also für die Zuschauer ist Mara lila. Bei jedem unterschiedlich. Das ist ja völlig bescheuert. Bei mir ist ... Wer hat denn von Los Angeles nach Phoenix gelegt? Eddie, ne? Sag ich nicht. Ja. Okay, Eddie muss irgendwie von Los Angeles ... Nach Dings. Nach Dings. Ja, das ist korrekt. Miami, du weißt ganz genau, wo du hin musst. Das stimmt auch. Da haben wir doch drüber geredet. So. Ja, ich bin noch dran, entschuldigt. Ach so. Das dauert gerade ein bisschen. Gar kein Problem. Jetzt heißt es endlich auch bei mir ... Oh. Abfahrt. Schu, schu. Ich hab's doch gewusst. Oh, da oben die Nummer. Ui. Schön, die alte Route Vancouver, New York oder Montreal. Aber da werde ich schön was dazwischenlegen. Denn heute gilt es nicht darum zu gewinnen, sondern zu verhindern, dass Fabian gewinnt. Dazu müsstest du aber auch erst mal wissen, was ich hier überhaupt vorhab. Hab ich ja gerade gesagt. Ja. Bleib da mal dran. Ja, ja. Ja. Wer ist denn dran? Mara. Wo bin ich dran? So langsam könnte ich mir die Reihenfolge auch mal mehr. Oh, okay. So ein Zwischenzug. Ein guter, alter Zwischenzug. Oder alle Umstiege in Las Vegas. Okay, er zieht wieder Karten. Orange. Wo muss der denn hin? Orange. Dabei will der einfach nur von Los Angeles nach Miami. Da ist gar kein Orange dabei, in meinen Augen. Ja, man kann die ja auch auf Graue legen, ne? Stimmt, ja. Nächster Tipp von Eddie. Man kann auch auf Graue legen. Dann kann man sich die Farbe aussuchen. Aber das hätten wir vielleicht wirklich mal erzählen wollen, ne? Haben wir, glaube ich. Haben wir aber gerade. Okay. Ja. Bin ich wieder dran? Ne, ich muss noch überlegen. Lidara? So. Irgendwie bei diesem Spiel ist immer so ein bisschen Kribbeln dabei. Boah, ich hab die ganze Zeit so ein Herz gehabt. Ja, ne? Das ist total krass. Man sieht vielleicht nicht so aus, aber man hat so Schiss, dass einem jemand vor der Nase irgendwie die Straße blockiert, die man selber legen will. Und der ganze Plan, auf den man fünfmal hingespart hat, zerstört wird. Nummer, aus Interesse, Regie, kann der Stream eigentlich diese Doodle-Musik hören? Ist die bei Eddie? Okay. Könnte er mal... Schade, wenn sie es nicht hört. Genau. Vielleicht kann man ein bisschen auf den Chat drauf achten. Keine Ahnung. Vielleicht ist es auch zu krass. Also keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich raste immer schon aus beim Startscreen hier. Ich bin dran. Ne. Doch. Wer war das? Lisa? Ja. Ich hab die Sounds ausgestellt, weil ich wirklich jedes Mal lachen muss, wenn diese kleine Lock tutet. Okay. Okay. So. Jetzt geht er richtig voran da bei dir, Eddie, ne? Mhm. Washington. Ich find's krass, wie viel Joker ihr immer liegen lasst, aber okay. Ja, dann kann man halt nur einen ziehen. Ja, ist richtig, aber wenn du erstmal sechs Joker hast... Wie viele Karten hast du? Du hast sieben, als ob du sechs Joker hast. Ich geh auf Masse. Masse statt Klasse. Zwei weiße. Okay, jetzt wird er von Little Rock nach Nashville. Kommentierst du eigentlich die anderen auch? Ne, nur dich. Ähm... Komm schon, nein! Ich krieg nicht die Karten, die ich haben will. Mist. Ach komm, gönn ich mir mal. Okay, Eddie legt ganz schön vor, ne? Mhm. Mhm. Ich leg aber auch jetzt schon für die späteren Ziele schon. Weil die kennst du schon, ne? Nö, aber es gibt einfach... Ich hab ein bisschen mich reingelesen. Es macht einfach Sinn, gewisse Knotenpunkte frühzeitig zu besetzen. Ist ja logisch, ne? Ist so ein bisschen wie bei Schacht, wo man das Zentrum besetzt. Ja. So musst du hier auch gewisse Felder besetzen. Das klingt tatsächlich recht logisch. Ja. Ja. Aber das ergibt eigentlich keinen Sinn, dass du jetzt dann so einen Doppelzug, also so eine Doppelstrecke belegt hast gerade. Hat der gerade eine Doppelstrecke belegt? Ja. Okay, das bedeutet Krieg. Mara? Hä? Ne, schon gut. Mach mal. Ja, aber die will ja nur da unten lang, ne? Einmal rings um Amerika, will ich. Ich will halt die längste Strecke am Ende haben, ne? Ist ja klar. Ja, auf sowas gehst du immer. Ich achte da nie drauf. Ich glaube, das ist ein Fehler, dass ich das nicht tue. Naja, bei Katan heißt es ja, längste Handelsstraße nicht zu früh. Ne? Die sind so schön griffig auch, diese Tipps, die es da immer gab. Es war mein Fehler, das letzte Mal. Gewinnst du dann gegen deinen Sohn in Katan, Eddie? Oder zieht er dich ab? Es war in einem Match, es war überhaupt erst das zweite Mal, dass es gespielt hat, die Vollversion, die Erwachsenen Edition. Und es war sehr, sehr knapp. Aber es ist in einem ziemlichen Drama geendet. Du müsstest so weinen. Weil er mehr... Ja. Ich musste so weinen und hab auf den Tisch das alles umgedreht. Er hat eigentlich, er hätte gewinnen können, wenn einer mit ihm getradet hätte und das ging aber nicht. Und dann hab ich auch noch die längste Handelsstraße mit meinem Zug, hab ihm die zwei Punkte noch weggenommen und auch noch gewonnen. Und ihm ist das... Er hatte sich schon so gefreut auf den Sieg. Es hat mir ein bisschen leid getan, aber du kannst ja jetzt da doch nicht den Sieg her schenken, wenn er sich anbietet. Nee, nee, nee. Das müssen die Kinder ja auch lernen, ne? Ja. Bean Dad, ne? Habt ihr mitgekriegt. Der Typ, der seine Tochter fast verhungern lassen hat, um mir beizubringen, dass ich selber die Dose öffnen muss. Habt ihr das nicht mitgekriegt? Nee. Das klingt irgendwie ungewohnt. Du googelt mal Bean Dad. Leute. Hat sie denn am Ende die Dose aufgemacht? Das weiß niemand. Wie läuft das, wenn man einen Joker hat? Also man hat zum Beispiel, man muss drei rote legen und ich hab zwei Joker und ein rotes, dann geht das. Oder ein rotes und zwei Joker. Du musst dann die roten in die Hand nehmen und da drauf schieben und dann merkt er, dass du das mit dem Joker machen willst. Ach, Freunde, ey. Oh, Mara hat da unten aber schon so eine ganz schöne Strecke sich abgelegt. Naja, nicht mehr als ihr, oder? Naja, die geht schon auf längste. Naja, die geht schon auf längste. Naja, die geht schon auf längste. Naja, die hat da unten. Naja, die hat die Karten genommen. Naja, ich wollte dir sagen, was ich gekriegt hab? Ja. Sag mal. Zwei gelbe. Hab ich mir fast gedacht. Ah, es war gelogen, es waren zwei rote. Wurde der Stapel quasi schon einmal wieder durchgemischt? Dieses Reagenzglas zeigt ja an, wie voll der ist, ne? Und ich glaub, der war schon mal leerer. Ich glaub auch, ja. Wo ist denn hier ein Reagenzglas? Ganz rechts neben dem Nachziehstapel. Oh Gott. Da hab ich hier gar nicht hingeguckt. Das ist ja eigentlich auch super relevant zu wissen, weil es ja nur eine bestimmte Anzahl an, eine endliche Anzahl an Farbkarten gibt. Die kommen erst wieder ins Spiel, wenn nachgemischt wurde, glaub ich. Das gibt's auch nicht. Es gibt von jeder Karte zwölf Stück im Spiel. Okay. Interessant. Ja, ja, das hab ich jetzt wieder irgendwie Mitte des Spiels gesagt. Ja, das ist wirklich eine wichtige Information. Ist es einfach. Ja. Mhm. Okay, Leute, ich mach jetzt mal hier wieder einen guten Move, ja? Boah. Für wen gut ist die Frage? Boah. Ui. Krass. Wo hast du denn die ganzen? So gar nicht. Das ist schon die bessere, ich glaub, das ist einfach wirklich besser als die analoge Version. Weil analog stell ich mir das richtigen Kram vor, immer die ganzen Züge draufzustellen. Ja, das stimmt. Aber du hast halt die bessere Übersicht über die verfügbaren Karten. Ich find, das macht tatsächlich einen kleinen Unterschied. Das stimmt, ja. Ich muss kurz der Regie was schreiben, mich, dass ihr denkt, dass ich schummele, ja? Das denk ich sowieso. Schummelst du? Hey, Timo, guck mal in deine DMs. Wer ist dran? Ich bin. Ich muss gerade überlegen. Ich geh nochmal auf die. Okay. Wie zieht man denn neue Ziele eigentlich? Kann man das jederzeit machen oder wann? Das ist ein Zug. Dann gehst du oben auf dieses Ticket-Ding. Genau, dann kannst du in der Runde nichts anderes mehr machen. Über der lila... Äh, über der oberen lilan. Jetzt komm schon. Oh, Mann. Der gibt mir diese Karte nicht, die ich haben will. Oh, Gott. Komm schon. Wirs auch mal. No. Schon auch Glück. Ja. Wer will denn hier mal kurz hier zwischen Pittsburgh und Chicago die beiden Strecken zu ballern, damit der Eddie nicht mehr verlegen kann? Oh ja, zwischen Toronto und Salt-Saint-Marie oder Montreal und Salt-Saint-Marie. Hä? Hat einer nicht ein paar übrig? Mara, ich würde da aufpassen an deiner Stelle. Lisa ist das, ne? Lisa da oben. Ich bin da oben. Fabian und ich stehen beide bei Salt-Saint-Marie. Ja, ihr wollt da irgendwie beide, müsst ihr mal aufpassen. Ich will mich da ja nicht einmischen, aber... Nee, nee. Ich weiß noch, ich glaub, das erste Spiel hab ich gewonnen, weil ich die auf die Fährte gebracht hab, andere zu sabotieren. Und dann hat er sich erstmal eine halbe Stunde lang nur darauf fokussiert, andere zu sabotieren. Und hat sein eigenes Gameplay total vernachlässigt. Das passiert nicht nochmal. Shit, ich bin dran, ne? Ja. Wer schafft's zuerst nach Montreal? Das muss es jetzt sein. Da willst du nur fahren? Ja. Naja, viele Wege führen nach Montreal. Das stimmt. Hm. Wo? Ei, 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 ei. Ich bin schon wieder? Okay. Ach, ich liebe dieses Spiel. Ja, ich auch. Ähm. Moment. Komm schon. Tja, ich muss hier leider ziehen. Aber interessiert euch da gar nichts von dem Ablagestapel da, oder wie? Mich leider nicht. Dich offensichtlich ja auch nicht, Farian. Nee. Oh, er zieht neue Tickets. Und nimmst du alle drei? Nee, die kriegt man, glaub ich, zuerst einmal auf die Hand und entscheidet sich dann. Oder? Mhm. Oder? Der Lut einfach alle drauf. Nicht schlecht. Wie steht's denn um unsere Waggons? Farian hat noch 33. Mara 25. Eddie 25. Ich 27. Okay. Kommen wir jetzt ins Midgame ungefähr, ne? Ja. Eddie sucht gerade noch Ziele aus, oder? Mhm. Magst du uns die vielleicht kurz mal sagen, Eddie? Nee, ne? Kommt, no risk, no fun. Let's go. Er nimmt sie alle drei. What? Oh. Timestamp auf den Moment und dann Zusammenschnitt mit dem Ende bitte einmal, okay? Okay? Es ist alles hier zu heiß. Chat, ich kann euch nicht sehen, aber was sagt ihr? Wer gewinnt? Mara will einfach nur diese dumme längste Strecke. Das ist so offensichtlich. Mhm. Oh, ich habe richtig zittrige Hände. Das ist von dem Alkohol, den du heute Abend nimmst. Ja, genau. Ich mache erst mal Pause. Was siehst du, Eddie? Nee, ich guck. Lass mich doch mal jetzt, Mensch. Mit so neuen Zielen braucht das auch eine gewisse Zeit. Okay. Okay, und ich würde sagen, lieber Ted da draußen, bevor ich jetzt weitermache mit meinem Zug, machen wir einen kleinen Spot und dann geht's sofort weiter. Bis gleich. Was hält die nicht auf? Ich schwitze. Diese Spannung. Was hält die nicht auf? Hallo Leute, herzlich willkommen zu Sibo und am Samstag. Oder ist es Samstag? Da sind wir wieder. Ich bin am Zug. Ich mache jetzt einen Zug bei Zug um Zug und ich glaube, er ist offensichtlich, deswegen mache ich ihn auch und er geht folgendermaßen. Ihr habt es geahnt. Toronto. Ihr habt es versäumt, ihm das dicht zu machen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das geht zu einfach. Marozit. Ja, aber man muss sich halt auch immer entscheiden. Verbaut man den anderen was oder kümmert man sich um sich selber? In erster Linie immer erst mal verbauen. Aber dass Eddie jetzt doppelte Zielkarten, also sofort Zielkarten gezogen hat, der muss ja verdammt Glück mit seinen Zielkarten gehabt haben, dass quasi alles auf einer Strecke liegt. Anscheinend, ja. Das geht auch? Das kann auch manchmal sein. Man sieht auch welche und die sind schon gelegt. Ja, ja, genau. Also sowas wie Los Angeles Santa Fe oder so, keine Ahnung, sowas kurzes. Das ist natürlich der Hammer. Das wäre natürlich mega geil, ne? Na ja, Los Angeles New York gibt es, glaube ich. Aber er hat ja jetzt schon drüber hinweggezogen. So, ähm, uno momentos. Okay. Ich will nochmal eine Zielkarten. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, 15, 15, 15, 17, 18, 21, 21, 22, 23, 24 hat Mara gerade. Und Eddie hat. 25. Nee, längste. Ach so, längste Zusammenhängen. Aber ist bei ihm ja auch. Äh, 22, mein ich. Äh, 22, ja. Eddie, du hast 22. Du bist zwei hinter Mara. Wie sieht's mit euch aus? Ich hab 23. Bin ganz weit weg. 20, oder? Ich hab ja jetzt letztens ein richtig tolles Mal, wo wir grad beim Thema Züge sind. Äh, mein neues, mein aktuelles Lieblings-YouTube-Video ist ja, ähm, die kürzesten Regionalbahnstrecken Deutschlands. Ja, das hab ich auf Instagram gesehen. Hast du auf Instagram gesehen? Ja, aber ich hab noch nicht reingeschaltet. Schaut euch mal, schaut an, ich weiß gar nicht, wie sein YouTube-Kanal heißt, aber irgendwie P111 oder so. Ähm, der macht tolle Bahnvideos. Und sein neuster Hit, sein neuer Crush, äh, Crasher, Crasher, YouTube-Crush, Crash, keine Ahnung, ist die kürzesten Regionalstrecken Deutschlands mit unfassbaren Strecken. Ich find das immer so krass bei uns auf dem Sinne. Es gibt immer so Leute wie dich, Kran, und auch Lars, die sich dann in so Sachen reinfuchsen. Und dann wird das immer so kompetitiv, so wie Geoguesser, so was irgendwann mal so ein Fun-Projekt war. Und jetzt gehst du mit Lars irgendwie auf die Straße und er ist wie so ein, äh, weiß ich nicht, wie so ein Fährtenleser oder so ein Pfadfinder. Kostet erst mal so ein Stück vom Asphalt. Riecht so ein bisschen in der Luft. Ah, wir sind hier in Hamburg. Die ganze Zeit, ach nee. Am Gessen, wo er gerade ist. Ja, der nimmt auch gar keine Armbanduhr mehr. Er guckt immer nur noch nach dem Sonnenstand. Ja, wirklich, das ist so. Ah, die Autos kommen von rechts, alles klar. Aber ganz ehrlich, Eddy, lass uns doch. Wir haben doch auch sonst nix. Ja, nee, ist ja, ich weiß doch. Ne? Du hast Familie. Naja. Ich dachte, du zählst jetzt die Sachen auf der Haben-Seite auf. Ja, und wir arme Seelen, wir haben halt nix. Nein, nein, ihr habt noch nichts. Ich hab auch eine Familie, keine Sorge, lieber Chat. Und das ist ja sowieso, du weißt ja nie, irgendwann, zehn Jahre später, klingelt es bei dir an der Tür, Hallo Papa. Erinnerst du dich damals an den Mallorca-Urlaub? Ich war nie auf Mallorca, ich hab noch nie, mein Fuß. Du sagst nur. Meine Fußsohle hat noch nie den Boden von Mallorca berührt. Und ich denke auch, dass das so bleiben wird. Vorurteile oder was? Ich hab überhaupt keine Vorurteile. Ich weiß, die Insel ist total schön und da gibt's total tolle Ecken. Macht es. Das klingt wie Vorurteil. Du bist Fabian. Ja, ja. Na, mach mal was jetzt. Ich bin auch am Start. Naja. Aha, hab ich mir gedacht. Okay. Helena Denver-Route. Was glaubt ihr, was ist das erste Ziel, wo ihr hin und hier reisen werdet, wenn man wieder reisen kann? Oh, gute Frage. Ein Spittel. Mal wieder nach dem Bahnweg, ne? Ich glaub ans Meer irgendwo. Für den Nordsee oder so. Ostsee. Achso, Nordsee, achso. Ja, Ostsee find ich langweilig. Ja, gibt's keine Elbe, kein Fluch. Genau das. Dafür haben die bei der Ostsee immer das Meer da. Ja, aber halt so ein... Das ist ja wie ein See einfach. Dann kann man auch ins Steinhuder Meer fahren. Das heißt ja auch See. Stimmt. Ähm... Ähm... Was? Sie haben nicht die richtige Gartenfarbe für diese Strecke gewählt? Will der mich verarschen? Ja. Rank dich. Lassen wir eigentlich den ersten... Ähm... Der erste, der auf Rocket Beans... Also den ersten Rocket Beans Mitarbeiter oder Mitarbeiterin impfen. Machen wir das on air? Würde ich ganz gut finden. Also, äh... Ich würd's... Also, ich würd's dann machen. Wenn wir das aus Schauzwecken. Ja. Schneller dann. Okay. Finde ich gut. Ja. Aber das ist für mich ein klassisches Moin-Moin. Ich hab gehört, dass das eine richtig lange Spritze ist. Ja, nicht so ein kleines Ding, sondern so schon... Das geht schon richtig rein. Oh Gott! Drei Liter. Um so einen halben Meter oder so. Und da wird so ein Kanal gelegt in den... Covid-Kanal. Wann gibt's den ersten Rapper, der sich Covid nennt? Covid-19. Er kennt die auch Covid-19, ja. Oh, nee! Yeah, yeah, I'm Covid-19, yeah! What's up? Hat Fabian da was verbaut, Mara? Hm. Oh. Oh. Hm. Hm. Und jetzt mal. Boah, ist ja richtig schlecht. Oh, Mann. Ja, ja. Passt auf eure Strecken auf, gell? Ja, ja. Ich kann schon mal ankündigen, ich werd, ähm, bin ich da total offen. Ich bin ja ein offenes Buch eigentlich, was so Informationen angeht. Und, äh, ich werde als nächstes, äh, neue Zielkarten ziehen. Stark. Ich auch gleich. Schon wieder? Ach. Du hast ja noch vier offene. Ja, ist ja, ich, das ist nur Spaß, ne? Äh, jetzt ist ja mein Zug. Möchten Sie neue Zielkarten ziehen? Ich klicke immer auf Ja, ja? Ja. Do it. Und, was steht da? Das sind interessante Informationen, die mich da reichen. Nee, das ist Quatsch. Ah, das ist auch Quatsch. Ähm. Oder ist es... Zack, zack, zack. Ich halte mal zwei, okay? Cool. Ah, nee. Jetzt ist ja schon smart, zu überlegen, wie viele Waggons hat man eigentlich noch. Mhm. Eins, zwei. Bullshit. Ich hätte beinahe den Fehler meines Lebens gemacht. Ich zieh nur eine. Schade. Wählen. Ja. Okay. Schreibt mal Pfeifert in den Chat, Leute. Mara, du hast... Hast du schon einmal Zielkarten nachgeschoben? Ja. Ah, okay. Pfeifert, Pfeifert und dann so Weinglas-Emoji, bitte. Möchte ich jetzt im Chat sehen. Für schlau. Wieder ziehen können, aber Fabian ist ja dazwischen gefunkt. Eddie, bei dir ist aber auch noch nicht so richtig was Neues gelegt worden, oder? Sonn-Louis, ne, schwul. Man merkt, man wird auch immer leiser. Vielleicht habe ich mich ein bisschen übernommen. Hä? Jetzt kickt die Konzentration. Lisa, was geht? Ja, ich... Warte, ich muss mal was nachzählen. Nachdenken. Wir hatten auch schon ziemlich lange Strecken. Mist, ey. Ah, Fabian, ey, die Nummer. Meine letzte Nummer war echt mein Genickbruch, glaube ich. Geh doch über Calgary. Und Seattle. Aber, ja, ich hatte schon was anderes noch vor. Ach so. Aber, ja. Musst du Salt Lake City, Portland, Seattle, Calgary. Das dauert ein bisschen länger. Aber... Das ist ja nur ein kleiner Umweg, du. Aber es geht auch. Oh, Mann. Ach, sorry. Das ist gleich. Lisa kriegt gleich richtig schlechte Laune noch dazu irgendwie. Es ist nur ein Spiel. Ja, aber... Können wir gleich ein Ragequid sehen von Lisa? Das könnte passieren. Ich will noch nicht zu viel versprechen, aber... Ich ziehe mich hier auf doof. Oh, nee, das boh ich ja gar nicht. Oh, nee, das boh ich ja gar nicht. Oh, nee. Ah, ja, ja. Was? Gibt ihr wieder Tipps oder was? San Francisco. Wenn die neue Zielkarten schickt, müsst ihr die natürlich, ähm, Ach so. Ja. Müsst ihr die nochmal schicken? Ja, die müsst ihr, das müsst ihr noch machen, ne? Danke für die Aufmerksamkeit. Wer ist? Ach, ich bin dran. Okay. Ich krieg irgendwie nicht die Farben, die ich will. Sag nicht mal. Ähm, okay. Ich krieg sie die Farben, die du willst. Nichts. Nein. Abfahrt. Marazit. Marazit. Ähm, und, äh, leider, ähm, muss ich dich auch ein bisschen enttäuschen, Mara, weil... Gut. Ach, nee. Das war ein richtig mieser Move. Mara merkte das. Ja, das merke ich mir für dieses Jahr. Nee, ich meine, eigentlich für dieses Spiel, aber... Ich wollte da jetzt nicht zu nachtragend sein. Wobei, ganz ehrlich, ich kann's schon verstehen. Ja. Lebenstipp von Eddie, man kann, also, immer schön nachtragend sein. Ja, so ein bisschen, man kann ja auch nicht einfach alles vergessen. Aber er hat doch nur noch neun Steine, ne? Das ist auch gleich vorbei. Oh, ich hasse das, der hat immer so schnell so wenig Steine. Das macht schon sehr viele Bote. Er hat was? Das macht mich wahnsinnig. Der Krane? Ja. Ach, wenn der keine mehr hat, dann ist es vorbei, oder? Wenn der nur noch zwei hat. Nee, das hab ich gesagt jetzt, Eddie! Hör bloß auf! Da hab ich nicht drauf geachtet. Ich geh auf Leistung. Du gehst auf Leistung. Das sagen die Twitch-Streamer immer. Geh auf Leistung. Im Bezug? Ich weiß auch nicht genau. Nee, das sagt Jan Gustafsson auch immer. Auf Leistung gehen. Ich bin komplett, ich weiß nicht mehr, was ich sag. Ich hab auch den Eindruck. Ich bin fremdgesteuert. Ich muss ehrlich sagen, dass der, dass der Spruch Leguan mäßig schon auch in meinen Alltagsgebrauch übergegangen ist. In welchem Zusammenhang? Von der denn her? Der ist auch von Jan. Ja, du und Jan. Ich darf mir eben zu viel ab. Ja, ja. Ich bin ja dran. Ich nehm mir diesen Joker hier, okay? Do it. Lass uns weissen. Jetzt aber Schlag auf Schlag. Jetzt aber gioch. Dann müssen wir die Zeichen huls haben, Dann können wir auch wissen, Aitern. Jetzt müssen wir unsere Träume. bis wir uns weissen. Dann müssen wir gut haben. Und dann können wir uns in der Augen zu vernehen. Und wir machen die Träume. Wir machen uns im Beinen. Oh, jetzt geht's aber nicht rund. Und ich würde sagen, jetzt gerade, wo es so richtig rund geht, machen wir noch mal eine kleine Verschnaufpause, bevor wir ins Grande Finale einsteigen. Oh, ich raste aus. Zug und Zug heute mit Lisa, Eddy und Mara. Es geht sofort weiter in 3 Minuten 30. Holt euch schön noch mal einen Kakao. Bis gleich. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Du bist, eurer Lieblingsgesellschaftsspiele-Show auf Rocket Beans TV und generell wahrscheinlich auch im deutschsprachigen Raum Deutschland, Österreich, Schweiz in der sogenannten DACH-Region. DACH-Region, genau. Nicht zu verwechseln mit der DAX-Region, da ist dann noch Schweden dabei. Okay, wir machen weiter, würde ich sagen. Ich bin am Zug. Schweden? Die DAX-Region, Deutschland, Österreich, Schweiz, Schweden. Warum? Wo kommt das X her? Ich glaube, es ist ein S. Es ist ein S. S für Schweden. Aber müsste es nicht DAX sein? Schweden ist doch das Länder-Kennzeichen für Schweden. Schweden ist doch S oder nicht. Keine Ahnung. DAX, ja, okay. Ist alles klar. Nicht der DAX. Ja, ja, wer weitermacht. Nicht der Aktien. D-A-X hab ich gedacht. Nee, DAX-Region. Deutschland, Österreich, Schweden. Schweiz. So, ich bin am Zug. Und ihr habt euch ... Okay. Ich hab DAX-Region gesagt. Ich wusste nicht, dass ihnen diese Tiere ... Außer ihnen diese Tiere so triggern. Ich dachte, echt, die Regie hat wieder so einen Button gedrückt. Ja. So. Ihr habt es wahrscheinlich kommen sehen, aber ... Was? Wend, mach mal was. Was haltet ihr davon? Was machst du denn? Ach so. Ach so. Tja. Sechs Züge noch. Äh, sechs Steine noch. Es kann ganz schnell ... Es kann nächsten Zug schon vorbei sein. Oh, das macht mich wahnsinnig. Er hat nur vier Karten, aber trotzdem ... Hm ... ... Hm. 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 14, 14, 10. Eioioi. Können wir alle noch schnell ihre Züge ausbringen? Puh, schnell. Sorry, Mare, ich muss jetzt ganz kurz ... Fabian? Wenn du jetzt das Spiel beendest, rass dich aus. Kann er doch gar nicht. Naja, so dass er noch zwei Züge hätte, könnte er machen. Mare, das tut mir wirklich, ich muss kurz lebenserhaltende ... Also, ich möchte halt gewinnen, so. Und ... Oder warte mal ganz kurz. Ich muss es kurz nachzählen. Es ist leider ... Schneiden wir für Sjudi nicht raus. Oh, diese Spannung. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 25, 20. 29. Okay, okay, okay. Okay, das ändert einiges, aber ... Fabian? Du hast mir doch da oben schon alles versaut. Okay, aber dadurch würdest du gleich ziehen und deswegen muss ich leider die Strecke zwischen Houston und Jens verbauen. Oh, Fabian! Boah, Alter! Was bist du für ein Arschloch, Krass? Das hätte ich nicht gedacht. Das war gut. Ich habe das schon gedacht, aber jetzt nicht in dem Spiel hier. Ich meine es nur auf das Spiel bezogen. Das möchte ich natürlich klarstellen. Ach. War gut. Liesa, soll ich denn jetzt das Spiel beenden? Nein. Nein. Nein, bitte nicht. Die Zuschauer haben jetzt auch gemerkt, warum ich gleich verlieren werde. Nur wegen Fabian Krane. Hm. Wie du willst. Ich bin ja noch einmal dran, ne? Du bist, ja, ja, du bist noch einmal dran, ja. Ähm. Oh, gut, ja. Ähm. Ich verstehe die Nachricht nicht, Timo, aber, ähm. Der Film ist ganz gut. Hast du das Inception gesehen? Schreibt er mir grad. Ey, check mal grad deine DMs. Der hat mir grad eine Interpretation von Tenet geschickt, ey. Ich hab das nicht verstanden. Ist der jetzt ein Traum, ein Traum, oder? Ich spiel erst mal weiter. Ich spiel erst mal weiter. Okay, pass auf, ähm, ich muss jetzt leider quasi das Spiel in die, in das End-End-Phase einläuten, und zwar mit folgendem Zug. In die was-Phase? Sie haben nur noch zwei oder weniger Waggons übrig. Jeder Spieler ist noch einmal am Zug. Boah. Toll. Mhm, okay. Das ist krass. Vom Timing her. Hey, und ich bin nicht noch mal am Zug? Ach, ich hab einfach keine Karten mehr, scheiße. Okay. Das war eine Punktlandung. Eine Karte hab ich zu viel. Mit dem letzten Zug alle Karten geholt. Hast du noch alle deine fünf Ziele erreicht eigentlich? Ja, mit der letzten Karte. Ach, als ob. Ich hab genau das nicht geschafft, wo ich so dachte, oh, soll ich's nehmen oder nicht? Muss ich nächstes Mal draus lernen. Ach so, jetzt, okay. Ja, ich kann eh nix machen. Zieh doch noch mal ein paar Ziele. Bitte mit dem Hate aufhören. Ich bräuchte jetzt noch mal, ja, okay, damit endet das Spiel. Ach, komm. Okay. Und wir sehen alle die Auswertung. Also ich hab ... Was hattest du? Vancouver, Seattle? Vancouver, Santa Fe. Vancouver, Montreal. Und Seattle, Los Angeles. Das geht immer alles so schnell. Ja, das geht echt schnell. Aber wir können ja gleich noch mal durchgehen. Ja. Ist das schon die finale Punktzahl, die du hast, 117? Ja, es kommt halt noch mal eventuell ja die längste dazu. Aber das weiß ich nicht genau. Das reicht wieder nicht, um den Zug zu cashen. Ja, das kommt klar zum Ende. Wenn er die längste Zugstrecke kriegt, kriegt er die ja. Gewinnt er auf jeden Fall. Aber was hast du auch immer für ein Glück, dass du diese außenrum langen Tickets ziehst? Okay, die kann schon mal nicht gewinnen. Fünf Ziel erreicht und trotzdem, das ist schlechtes Balancing. Ja, jetzt ist das Spiel schuld. So, jetzt über Lisa. Ja, bitte, ich will nur, dass Fabian nicht gewinnen. What the fuck? Wer hat die längste Strecke? Bin ich das? Nice! Woohoo! Yes! Danke. Scheiße. Sehr gut, Lisa. Scheiße. Oh, damit hätte ich nie gerechnet heute. Nice. Ich habe gar nicht auf die längste Strecke gespielt. Ich habe eben noch mal kurz geguckt, ob ich das erreichen kann oder nicht. Aber es ist wirklich interessant. Du hast mit drei Zielen viel mehr Punkte als ich mit fünf Zielen. Ja, ich hatte zwei super lange. Kommt man noch mal auf die Spielbrette zurück? Wichtig, viele Ziele zu machen. Ach, hier oben, ne? Bei dem Fragezeichen X und so? Warte mal. Ach so, ja. Genau, Eddie, du kannst mal auch ... Sogar eins nicht geschafft. Trotzdem zu gewonnen. Ja, das war zum Glück nur ein Frierer. Eddie? Hä? Kannst du mal auf das Fragezeichen gehen? Dann können wir den Zuschauern und Zuschauern auch kurz zeigen ... Welche? Sie sind überall Fragezeichen. Nee, dieses bei ... zum Beispiel bei mir oder ... Unter der 104 bei dir zum Beispiel, glaube ich, oder? Und jetzt? Dann sieht man das Brett wieder, oder? Ah ja, hier sieht man. Du hattest Vancouver, Montreal. Dann hattest du hier Vancouver, Santa Fe. Ja. Und Seattle, das ist natürlich alles sehr nah beieinander, sehr praktisch, ne? Es ist sehr praktisch, ja. So, dann gucken wir mal auf Mara. Mir wurde wirklich alles von ... Jusen. Aber gerade torpediert, was es da gibt. Sehr große Strecke. Aber da konntest du den Weg teilen. Ne, das hattest du quasi zwei mit einem. Ich hätte noch oben links Calgary. Und Calgary Salt Lake City. Das hat nicht mehr geklappt. Genau, da bin ich ja dann unglücklicherweise dazwischen gefunkt. Ja. Schade. Dann schauen wir uns Lisa an. Mit wie vielen Punkten habe ich denn gewonnen mit der längsten Strecke? Können wir es nachvollziehen? Ja, zehn. Also du hast ... Ja, ja, nee, ich meine, wie viele Züge habe ich gesetzt? Weil ich habe jetzt hier die Verbindung von Pittsburgh nach Nashville. Da war ich eigentlich auf den Vierer gegangen, auf den gelben Vierer. Und der kam und kam nicht. Und dann bin ich auf den Fünfer gegangen mit zwei Strecken. Also auf den Zweier und Dreier. Wenn es jetzt um einen Zug nur gewesen wäre. Das ist auf jeden Fall hier. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn, zwanzig, einundzwanzig, zweiundzwanzig, dreinzwanzig, vierundzwanzig, vierundzwanzig, sechsundzwanzig, siebzehn, achtzehn, neunzwanzig, dreißig, einunddreißig. Ui. Krass. Portland, Nashville sehen wir hier. Das ist natürlich ein richtig krasses Ziel. Du hast aber auch einen ganz schönen Umweg gemacht. Nee, vor allen Dingen, ich hatte zuerst Seattle, New York. Und dann beim Nachziehen bekam ich Portland, Nashville. Das war natürlich absolut großes Glück. Das war wirklich großes Glück. Das ist krass. Da kriegst du zweimal diese Megastrecke quasi berechnet und musst eigentlich nur ein paar legen, ne? Genau. Das ist natürlich sehr gut. Und das hast du nicht mehr geschafft. Denver El Paso, ja. Mit so Kurzstrecken gibst du dich gar nicht erst ab. Ja, das hätt ich einfach lassen sollen. Das hat mich hinterher auch geärgert, dass ich die überhaupt genommen habe. Jetzt gucken wir noch mal bei mir. Sehen wir es auch noch mal. Ich hatte am Anfang hier Los Angeles, New York. Chicago, Santa Fe lag halt auch direkt auf der Strecke, ne? Praktisch. Was das immer für ein schönes Gefühl ist, wenn man so nachzieht und dann eine Grate kriegt. Auch ein bisschen auf der Strecke. Genau drauf. Ja. Oder schon. Auf dieser Los Angeles, New York-Achse lagen die beiden. Das war echt praktisch. Das waren die letzten hier. Dallas, New York war das, was ich am Ende gelegt hab. Mit dem letzten Zug hab ich die zwei gelegt. Ja. Das ist hier noch gemacht. Und das war dann hier noch mal Montreal, Atlanta. Aber ich hatte doch noch eins. Miami, das wird hier gar nicht mehr angezeigt. Naja. Ja, und das ist das Endergebnis. 128 Punkte für Lisa, 117 für Krane. Scheiße. Richtig knapp, ey. Richtig fucking knapp. Aber verdient gewonnen. Lisa Ehrenbohne geht an dich heute. Danke. Und ich würde sagen ... Eigentlich waren wir alle Gewinner, weil Krane nicht gewonnen hat. Jetzt kann jeder mit einem Mädchen nach Hause gehen. Außer Mara vielleicht. Ja. Nee, ich freu mich auch. Du freust dich auch. Das ist schön. Das spricht für dich. Ich hätte jetzt gesagt, außer Fabian, aber ... Ey, ganz ehrlich, ich bin Zweiter. Ich bin damit vollends zufrieden. Hast du gelogen. Man muss nicht immer Erster sein. Doch. Nee. Du schon. Merkt euch, nehmt euch das mit aus der heutigen Folge. Man muss nicht immer Erster sein. Schreibt auch in die Kommentare ... Wenn man gewinnt, will es shoppen. Ja, das ist eine kleine Ausnahme, aber Ausnahme steht in der Regel. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr die Folge fandet. Nächste Woche machen wir noch mal eine Remote-Folge, weil wir Vorbereitungen auf den Geburtstag treffen müssen. Weil wir werden nächste Woche ... Ja, wie viel? Sechs. Sechs Jahre. Sechs Jahre. Also, wir gehen schon zur Schule. Einschulung, ne? Einschulung. Ja, Homeschooling. Homeschooling. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann sehen wir uns nächste Woche Dienstag auf jeden Fall wieder. Da machen wir irgendwas anderes Feines. Das denke ich mir noch aus. Und bis dahin, bleibt uns gewogen. Macht einen Daumen hoch für dieses Format. Und empfiehlt jetzt dieses Video irgendeinem Freund oder Freundin weiter. Vielleicht eurer Mutter, vielleicht eurem Vater. Vielleicht aber auch irgendjemand anders. Da würd ich mich sehr drüber freuen. Und wenn dann diese Person auch noch einen Kommentar hinterlassen würde, das wär auch megageil. Wow, exponentielles Wattstum ist das, glaub ich dann, ne? Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Mein Name ist Fabian Krane, das war Lisa, das war Eddie. Zu Hause sitzt noch Mara. Denkt immer dran, Gesellschaftsspiele sind ... Trumpf! Trumpf! Tschüss! Trumpf! Trumpf! Bis zum nächsten Mal.